Moin Leute, hier ist Tim und ihr habt es in meinem Video über meinen Setup gesehen und auch in vielen anderen meiner Videos taucht sie ab und zu mal auf, nämlich die Wasserkühlung, die ich in meinem System verwende. Aktuell jedenfalls die Arctic Liquid Freezer 2 ARGB in der 280mm Version und ich habe die 360er Version davon ja vorher verwendet und jetzt seit ein paar Monaten die 280er Version. Und ich dachte, ich mache da doch nochmal ein kleines Review draus, denn ich nutze diese Wasserkühlung mittlerweile ziemlich lang und möchte euch einfach mal an meiner Erfahrung teilhaben, wie gut die Wasserkühlung sich denn so schlägt und wie es da im Detail mit aussieht. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, wie bei anderen Arctic Wasserkühlungen in der Vergangenheit, dass das wahrscheinlich ziemlich gut ausfallen wird und das wird es auch, das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mit den Details zur Wasserkühlung. Bei vip-cdkdeals.com findest du nicht nur günstige Game Keys, sondern auch Keys für Microsoft Produkte wie Office oder Windows. Solltest du für deinen Gaming PC noch einen Windows 10 oder 11 Key brauchen, dann schau am besten bei cdkdeals vorbei, denn mit meinem exklusiven Code GHD20 sparst du 30% auf deinen Einkauf. Damit kostet dich ein Windows 10 Pro Key gerade einmal 14 Euro und mit dem lässt sich sogar auch Windows 11 aktivieren oder darauf upgraden. Sicher bezahlen kannst du unter anderem mit Paypal und nach deiner Bezahlung solltest du innerhalb von 5 Minuten Zugriff auf deinen Windows Key über dein Benutzerkonto erhalten. Ich selbst habe auch schon mehrfach Keys bei cdkdeals gekauft und diese ließen sich anschließend immer ohne Probleme in den Windows Einstellungen aktivieren. Links zu vip-cdkdeals findest du in der Videobeschreibung. Die Arctic Liquid Freezer 2 ARGB 280 mm bekommt man ab ungefähr 100 Euro. Das ist für eine Wasserkühlung mit programmierbaren RGB-Effekten in der Größe 280 mm tatsächlich noch relativ günstig, muss ich sagen. Es gibt Wasserkühlung von anderen Mitbewerbern, die mit den gleichen Features noch teurer sind. Es gibt aber auch günstigere Wasserkühlung, also Arctic bewegt sich hier so im mittleren Preisbereich. Es ist keine, vom Preis jedenfalls, keine High-End Oberklasse Wasserkühlung, aber auch eben keine billige. Optisch sehen die Fans aus meiner Sicht eigentlich ziemlich cool aus. Das sind die Arctic P14 ARGB-Lüfter, die dort mitgeliefert werden, die auch in meinem großen 140 mm Lüftertest schon sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Da könnt ihr auch noch mal reinschauen, falls euch das genauer interessiert. Der Radiator ist ziemlich dick bei den Arctic Wasserkühlungen generell. Das ist grundsätzlich ein Merkmal von Arctic Wasserkühlungen. Die Radiatoren sind deutlich dicker als bei vielen anderen Wasserkühlungen auf dem Markt. Bei Arctic kommen wir da auf 38 mm. Die Pumpeneinheit mit dem Wasserblock ist optisch nicht ganz zu ansprechen. Da muss man ehrlich sagen, wenn man einen optisch richtig coolen PC bauen will, dann ist man bei Arctic nicht zwingend jetzt direkt an der richtigen Adresse. Denn die Pumpeneinheit hat keine RGB-Effekte und sieht ja tatsächlich auch eher funktional aus als jetzt optisch cool designt. Wir haben da noch einen kleinen winzigen Lüfter dran, der bei der VRM-Kühlung noch ein bisschen helfen soll. Was oft gerne mal ein Problem bei Wasserkühlung ist, dadurch, dass wir wenig Luftbewegung im Gehäuse haben. Und optisch macht die Pumpeneinheit jetzt nicht wirklich was her. Aber dafür, das kann ich schon vorweg sagen, bringt sie einiges an Kühlleistung. Und das ist ja eigentlich schon das primäre Ziel, was man mit einer Wasserkühlung erreichen möchte. Nämlich eine gute Kühlleistung bei einer geringen Geräuschentwicklung. Auch die gesleeveden Schläuche sind jetzt nicht unbedingt ein Highlight von der Wasserkühlung. Da würden mir komplett schwarze Schläuche tatsächlich besser gefallen, aber ist immer ein bisschen Geschmackssache. Wie gesagt, optisch aus meiner Sicht nicht die ansprechendste Wasserkühlung, aber dafür von der Kühlperformance wirklich eine der empfehlenswertesten Wasserkühlungen auf dem Markt. Und das zeige ich euch jetzt auch anhand der Benchmarks, die ich mit der Wasserkühlung gemacht habe. Kommen wir erstmal zum aus meiner Sicht wichtigsten Messwert für eine Wasserkühlung, nämlich die Lautstärke. Und hier zeigt sich die Arctic Liquid Freezer 2 ARGB in der 280mm Variante von einer guten Seite. Sie kommt von der Lautstärke nicht ganz an die 360er ran, interessanterweise. Die habe ich noch mit etwas weniger Dezibel gemessen. Im Idle erreicht die 280mm Variante 1,2 Dezibel über dem Ambient Noise Pegel. Damit ist sie etwas lauter als die 360mm Variante und auch ein bisschen lauter als die Silent Loop 2 von Be Quiet. Auch lauter als die Alpha Cool Ice Bear, interessanterweise minimal und logischerweise auch lauter als ein Luftkühler wie der Noctua NH D15, da wir halt das Pumpengeräusch bei einer Wasserkühlung noch mit dabei haben, selbst wenn die Düfter komplett ausgeschaltet sind. Aber insgesamt im Idle ist die Wasserkühlung einfach super leise, da hört man so gut wie gar nichts, also da braucht man sich keine Sorgen machen. Unter Last mit meiner Standard-Lüfterkurve kommt die Wasserkühlung dann auch immer noch auf sehr leise 2,7 Dezibel über dem Ambient Noise Pegel. Das ist ein bisschen mehr als bei der 360mm Variante, aber immer noch kaum wahrnehmbar. Ich sage immer so in meinen Tests, unter 5 Dezibel über dem Ambient Noise Pegel ist wirklich kaum hörbar und sehr, sehr leise. Das erreichen hier die H170i Elite LCD von Corsair und dann die beiden Arctic Liquid Freezer 2 Varianten und fast die Be Quiet Silent Loop 2, die liegt mit 5,1 Dezibel minimal über diesem Wert. Jetzt muss dabei natürlich auch die Temperatur stimmen und da hat mich die 280mm Liquid Freezer 2 wirklich überrascht, denn die erreichte bei mir im Test im Cinebench Benchmark gerade mal 74 Grad unter Last, also beziehungsweise die CPU erreichte 74 Grad unter Last, das ist bei mir der i7-12700KF, wie auch bei den anderen Wasserkühlungen, die ich hier getestet habe und auch bei dem Noctua NHD15, sind also alle mit der gleichen CPU getestet und im Cinebench Benchmark und da erreichte die CPU gerade mal 74 Grad. Das ist mit Abstand der beste Wert und wir haben sogar Sommer, es sind tendenziell sogar ein, zwei Grad mehr hier in meinem Studio, also wirklich ein extrem guter Wert, vor allem bei der geringen Lautstärke. Ehrlich gesagt war ich da ein bisschen verwundert, weil Wasserkühlungen mit kleineren Lüftern oftmals Vorteile haben, weil die Lüfter einfach besseren Druck aufbauen können und dementsprechend die Luft besser durch den Radiator durchgeschoben bekommen, aber anscheinend spielen da doch einige andere Faktoren mit rein und die zwei 140mm Lüfter verrichten ihre Arbeit sehr, sehr gut, beziehungsweise ebenso der 280mm Radiator, sodass wir hier auf eine sehr gute Kühlleistung bei wirklich geringer Geräuschentwicklung kommen. Die Lüfter laufen dabei bei 900 RPM, das ist relativ wenig, unter 1000 RPM sollte man bei guten Lüftern eigentlich kaum hören und so ist es halt hier im Vergleichsfeld auch. Die 120mm Lüfter von der 360er Wasserkühlung liefen bei 950 RPM im Test, noch laufruhiger waren lediglich die Lüfter der Corsair Wasserkühlung mit 800 RPM. Aber das erklärt halt auch, warum die Wasserkühlung so leise ist, 900 RPM sind halt eben für 140mm Lüfter immer noch ein Wert, wo ein Lüfter tatsächlich ziemlich ruhig sein sollte. Was ist nun, wenn man noch mehr Kühlleistung aus so einer Wasserkühlung braucht und noch mehr da rausholen möchte? Dafür teste ich nochmal bei 100% Drehzahl. Drehzahl, die Lautstärke steigt natürlich sehr stark an bei der 280mm Liquid Freezer 2 ARGB auf 15,1 Dezibel über dem Ambient Noise-Pickel. Damit ist sie deutlich lauter, interessanterweise, als die 360er Liquid Freezer 2. Liegt vermutlich daran, dass die 140mm Lüfter bei entsprechend hoher Drehzahl einfach doch ein ganzes Stück lauter werden. Hier der Noctua NAD5 zum Beispiel, der erreicht auch fast 15 Dezibel mit 140mm Lüftern und die Be Quiet Silent Loop 2 mit 120mm Lüftern ist auch nochmal ein ganzes Stück leiser. Also bei 100% Drehzahl 15 Dezibel über dem Ambient Noise-Pickel, das ist schon deutlich hörbar. Die Temperaturen sind aber wieder extrem gut in diesem Test. Bei 100% Lüfterdrehzahl schafft es die Liquid Freezer 2 280mm ARGB die Temperatur des i7 12700kf auf 68 Grad unter Last runter zu drücken. Das ist auch wieder der Bestwert hier im Test. Minimal besser als bei der Corsair IQ H170i Elite LCD. Und doch noch ein ganzes Stück besser auch wieder als bei der Liquid Freezer 2 in der 360mm Variante, welche es auf 72 Grad schafft. Also sollte man eine CPU nutzen, die noch mehr Abwärme produziert als der i7 12700kf, dann ist man auch mit dieser Wasserkühlung gut ausgerüstet. Denn wir haben hier tatsächlich noch ziemlich viel Spielraum nach oben. Also selbst wenn eine CPU mehr Abwärme produzieren sollte, kriegt man die ohne Probleme noch gekühlt und vermutlich auch immer noch mit einer angemessenen Geräuschentwicklung. Das sind hier jetzt ja die Werte für eine Lüfter- und Pumpendrehzahl von 100%. Die liegt dann übrigens bei 1700rpm bei den Lüftern. Das ist minimal weniger als bei den 120mm Lüftern. Da liegen wir bei 1800rpm, 15 Dezibel über dem Ambionage-Pegel für zwei 140mm Lüfter, die mit 1700rpm drehen. Ist aber wirklich ein guter Wert. Da sehen wir halt wieder, dass die Lüfter grundsätzlich von der Geräuschkulisse von Arctic einfach sehr, sehr gut sind. Die Arctic Liquid Freezer 2 280mm ARGB ist einfach eine sehr potente, sehr gute Wasserkühlung. Da habe ich auch nichts anderes erwartet vor dem Test, da ich ja die 360mm Variante vorher auch schon verwendet habe und diese Wasserkühlung ja jetzt nun schon seit einigen Monaten in meinem System drin hatte. Und das bestätigt sich einfach das, was ich für Erfahrungen mit Arctic gemacht habe, was Wasserkühlung angeht. Die sind einfach extrem gut sehen optisch. Zwar nicht so gut aus, da sind sie nicht so ansprechend. Also wem es wirklich wichtig ist, einen optisch richtig, richtig geilen PC zu bauen, der wird sich vermutlich für eine andere Wasserkühlung entscheiden. Aber wenn es auf die Performance ankommt und wenn der PC richtig leise sein soll, dann ist Arctic einfach eine richtig gute Wahl, was Wasserkühlung angeht. Und da ist auch die 280mm Variante der Liquid Freezer 2 ARGB keine Ausnahme. Also die Wasserkühlung kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen und was auch noch dazu kommt, mit einem Preis von ungefähr 100 Euro ist sie halt nicht mal übermäßig teuer. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach eine sehr, sehr gute Wasserkühlung, wo man lediglich ein paar Abstriche bei der Optik machen muss. Hast du noch weitere Fragen oder Anmerkungen zu dem Test, dann schreib es gerne in die Kommentare. Und ansonsten war es jetzt von mir. Ich bin raus, haut rein!